Wir sind down. Okay, noch einen haben wir da draußen. Ah, da haben wir noch einen, den wir einfangen wollen. So, abends was er mit dir. Das ist ganz cool, wir können hier einen Körper verstecken glaube ich. Und wir haben hier noch zwei Körper, die wir verstecken müssten. Das ist relativ doofe Position. Okay, er geht weiter. Das ist alles nur zu deinem Besten. Ähm. Okay, einer mit Schutzschild. Einer maler. ... ... Scheiß Kerl. Brennen! BRINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHER ACH, ich muss langsam mal lernen, dass wir noch ein bisschen mehr Lama während des Spielenss, das ist ja... Oh, ne! Briggs kommt mit einem Transporter. Briggs? Wir streiten uns, nachdem er dich da rausgeholt hat. Treffpunkt, andere Seite der Gartenanlage. Ja... BOOM! BOOM! Oh, Alter. Warte, Oni, warte. Okay, jetzt können wir zusammen spielen. Scheiße, ich wollte es zwar ruhig machen, aber gut, wir wissen, wie wir es nicht anders wollten, machen wir es so. Zwischen dir und dem Fahrzeug sind Gegner, Sam. Sieht nach schwerer Kampfpanzerung aus. Danke für die Warnung. Was ist das, Alter? Dann, 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 dann. Nicht baden. Ja, genau. Das sollte jetzt passieren. Alter. Alter, habe ich mich jetzt echt dagegen gehauen? So. Her damit. Jetzt werfen. Alter. Leute. Was ist denn dein Ernst? Wie oft skripiere ich denn hier? Ja, ich weiß. Wie komme ich hier raus? Briggs kommt mit einem Transporter. Briggs? Wir streiten uns, nachdem er dich da rausgeholt hat. Treffpunkt andere Seite der Gartenanlage. Puh. Puh. Okay. Okay. Hier ist es schon mal raus. Na? So, er trinkt jetzt erstmal schön Er ist doch voll am Saufen jetzt, Alter Er seufzt doch jetzt Geht doch nicht Oh Mann Kommt der runter? Oder zwingt er mich hoch zu kommen? Okay, jetzt kommt er runter Okay Okay Da ist er! Nice Endlich Brandgrenadier Nicht unvorsichtig werden Der könnte sich überall verstecken Ich versteck mich aber nicht überall Ziel im Auge behalten Grins! Okay, bin ich jetzt draußen? Draußen Ah! Endlich! Meine Güte! Eieieiei Lädt Daten! Ich leider auch kriegt Daten Nee! Die nächste Welle von Fahrzeugen nähert sich Äh, gibt's eine Ausweichroute? Raus kommt die nur durch die Mitte Soll heißen? Bringe die Drohne runter Das Radar wird sie orten Unser geringstes Problem Luftbodenraketen aktiv Luftbodenraketen aktiv Negativ Man wird sie als Beweis gegen die USA verwenden Grim Waffen der Drohne aktiv Grim Ich hoffe du weißt was du tust Fahrzeug vernichtet Fahrzeug ausgeleitet Nice! Das ist doch eine schöne Mission jetzt so ein bisschen Das ist ganz nice Gegner ausgeschaltet Eine Körbe weniger Oh Gott, wir haben ja und ich Leben schon verloren Ich habe doch Unschuld, die Abballern Ja, ich kann Gegner ausgeschaltet Ja, haha, scheiße Ich kann zwar, aber ich sollte es nicht Schieß nicht auf zivile Fahrzeuge Warum denn nicht? Waffen der Drohne aktiv Grim Ich hoffe du weißt was du tust Na, ich war doch lieber die 30mm Kanone Fahrzeug vernichtet Als jetzt, äh Fahrzeug ausgeschaltet Ja, äh, als jetzt mit dieser Rakete scheiße Äh, jetzt nochmal mit dieser Rakete habe ich noch mehr Probleme Gegner ausgeschaltet Eine Körbe weniger Eine Körbe weniger Gegner ausgeschaltet Scheiße, man hat uns bemerkt Mein Farsi ist nicht gut Aber auf den iranischen Funkkanälen ist die Hölle los Sound Kürze wird die Flugabwehr aktiviert sein Macht nix Oh, fuck it Fahrzeug vernichtet Ich weiß nicht wie man umwechselt Gegner ausgeschaltet Gegen ausgeschaltet Fahrzeug verlicht Die Verfolger stecken fest Der Weg ist frei Wir sehen uns im Flugzeug Spätestens Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiiuiuiuiui Iranische Daten beschaffen. 150, normal. 2400. Stealth Knockout 125 haben wir ein. 125. Ja, es wird lange nicht reichen auf Gold. Evicenz 1200. Schade. Vor allem, weil wir gleich am Anfang sieben Stück da in Ruhe gelassen hatten, habe ich mir eigentlich mehr auf. Planter auch nicht auf Gold. Oh, mal viel. Okay, nice. Effizienz 200 extra. Und... Assault. 75 Nahkampfkits. 1650. Plus 125 Effizienz. Tja, schade. Nix davon geschafft. Zeit? 61 Minuten. Abschluss in unter 75. Versteckte Körper 0. Versteckte Wege gefunden 6. 3380. Ergebnisse. Pow. Gesamtpunkte. Mal 20. Unterstand wurde aktualisiert. Bam. Das ist gut. Ich weiß, dass ein unautorisierter Drohnenangriff... Es gab keinen Drohnenangriff, nur eine bedauerliche Funktionsstörung einer Drohne. Ja, natürlich. Sie sind nicht ohne Grund dort. Sie sollen mich über alles auf dem Laufenden halten. Das tue ich, Madam President. Nicht, wenn ich Ihnen nicht trauen kann. Ach, komm, Graham. Erwartest du etwa Ihren Dank? Du hättest das an meiner Stelle auch gemacht. Um ein Leben zu retten, einen Krieg riskiert? Alles, was ich tat, diente unserer Mission. Die Präsidentin kann sich wohl nicht als einzige was schönreden. Wir konnten beweisen, dass der Iran keine Verbindung zur Blacklist hat. Das ist nicht, was ich meinte. Ich weiß, was du meinst. Du bist der Meinung, dass ich den gleichen Fehler gemacht habe wie Briggs in London. Man wird zu Entscheidungen gezwungen. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Es darf nichts Privates sein. Wirklich? Dann geh mit gutem Beispiel voran. Wir wissen beide, dass du alles riskieren würdest, um Vicks Leben zu retten. Vic hat gar nichts damit zu tun. Er ist der einzige Grund, dass du hier bist. Nur eins ist dir wichtiger als dein Job. Dein Team. Grim. Danke. Wenn du mir danken willst, red mit Briggs. Wenn wir es schaffen wollen, brauchen wir ihn. Hey, Leute. Der Sender an der Chemiewaffe? Er ist fast in Amerika. Oh. Das ist nicht gut. Spezialmissionen im Hauptquartier. Abgeschossen. Bahngeländer. Ja, das waren... äh, spannende, äh, eine Stunde und 15 Minuten. Eieieiei, habe ich mir aber richtig schlecht angestellt. Gibt's ja gehandelt. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, schreibt das alles in die Kommentare. Ansonsten sieht man sich hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020